Dieser zur Miete angebotene gut gepflegte Laden befindet sich in Kastrop-Rauxel. Der Laden verfügt über einen Parkplatz. Auf einer Gesamtfläche von ca. 4232 m2 weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 1198 m2 auf. Das Ladengeschäft wird für monatlich 7400 Euro vermietet. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.